Ah, das ist ja nicht schwer. Das ist so gut. Oh, oder wie? Gute Nachricht für alle Einsteiger am Akkordeon. Jetzt kannst du das Instrument lernen, ohne dass du den Schneewalzer und die Heinzelmann-Polker üben musst. Spielakkordeon zeigt den neuen Weg, Akkordeon zu lernen. Mit einfachen Stücken aus Balkanmusik, Tango, Folklore und Jazz. Damit du nicht nur an den Noten krebst, helfen kleine Hörspiele, deinen Sinn für Melodiebögen zu öffnen. Du lernst nach Akkordsymbolen zu spielen und du lernst Akkorde nicht nur auf den Knöpfen, sondern auch als Dreiklangsgriffe auf den Tasten einzusetzen und zur Improvisation zu benutzen. So wirst du Schritt für Schritt ins lebendige Musikmachen eingeführt. Dein Akkordeon kann mehr als du denkst. Dein Akkordeon kann mehr als du nicht verständigst. Untertitelung des ZDF, 2020